Hallo ihr Lieben! Heute möchte ich euch zwei kleine Mini-Alben zeigen, die ich in den letzten zwei Tagen gemacht habe. Und ja, ich hoffe, sie gefallen euch. Mir gefallen sie super gut. Eine Kleinigkeit zum Verschenken habe ich gemacht. Eine ist das hier. Kleines Mini, das lässt sich hier öffnen. Ich habe hier eine kleine Lasse. Hier noch was reinstecken können. Ich habe hier einen kleinen Schrumpf hier gemacht mit einem Ballon. Wir haben hier eine Fotos. Hier hat man drei. Hier wieder eine große Seite. Und hier ist die Innenseite. Und da sind jetzt nochmal jeweils zwei Text drin, wo man was draufschreiben oder noch kleine Fotos mit drauf machen kann. Klappen. Ich habe hier noch ein super süßes Taschen-Mini-Album gemacht. Ich komme... Supergoldig. Prima für Frauen in die Handtasche. Sechs kleine Tag-Seiten drin. Wie ihr wisst, ich bin ja tag-verrückt. Bilder versehen kann, beschriften kann. Hier kann man auch überall noch kleine Bilder draufkleben, wenn man das möchte. Wenn das so eine super süße Idee ist, muss ich das natürlich gleich nachbasteln. Werde ich jetzt heute noch eins nachlegen, aber in anderer Form. Habe ich bestellt, weil ich das so super süß finde und so super handlich. Wenn das so klappt, das ist die Seite. Rückseite. Ja, das sind meine zwei Projekte von den letzten zwei Tagen. Ich hoffe, sie gefallen euch. Danke fürs Zusehen. Und bis bald. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.